Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wie auf die Art Machen Ticket und heute habe ich das Spiel Mythic Heroes. Viel Spaß! So, und da sind wir wieder und fangen wir an mit 22 Drehs. Hm, das dauert, dauert dann. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Gibt es hier nicht irgendwie 10 Drehs auf einmal? Ach Mensch. Finde ich die Legendären auch noch? Hm, knapp. Und gestern war, habe ich auch aufgenommen. Ich habe das Video auch drin gehabt. Dann habe ich mir es zu Hause angeschaut und gesehen, dass da ein Fehler war bei der Aufnahme. Und deswegen habe ich das Video wieder rausgenommen. Ich hoffe, jetzt ist alles richtig. Ich muss ein Update machen bei OBS. Ich hoffe, dadurch ist der Fehler jetzt behoben. Das Problem ist ja, dass ich nur einen Monitor nur noch habe. Daher kann ich nur noch sehen, wenn das Video aufgenommen ist. Ob es richtig ist oder nicht. Schon wieder episch. Ich möchte auch legendär haben. 400 Kisten. Ja. Ja. Das gibt es doch nicht. Immer das Gleiche. Ich glaube, ich glaube, das habe ich auch schon gehört. Ah. Hier haben wir auch schon gehabt. Schon wieder? Oh, nein. jetzt habe ich schon 270 größe teile das ist ja auch interessant, was ist das? und das, obwohl das geht glaube ich auch, das ist glaube ich die diamante niemand mein letzter Dreh gut, haben wir das und das sind Würfel noch ah so gut gut also muss das noch ha ha Faust Ok Ich probiere wieder die ganzen roten Ausrufezeichen abzuschließen. Laten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Freunde Das Spiel erinnert mich so ein bisschen an AFK Arena Das Spiel erinnert mich so ein bisschen an Wie viel kriegst du noch? Gleich ist es vorbei Hier gibt es nicht alles einsam Schade Da, und das war der letzte Zubi. Ah, ok, ich brauche hunderte meine Truhe zu öffnen, ok, dann brauchen wir noch ein paar Truhen mehr. Warum machen die sowas? Oh, sieben Helden. Zwei neue Helden, schön. Ich benutze immer alle Truhen. Achso. so wenig, 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 so Wir kriegen... Aber schuld. Die Abwechneide? Verbessern Okay Verbessern Energie zu performen Ausrüsten Schnell ausrüsten Neuer Helm Neuer Helm Ja Die euch neu Und Die Also habe ich alle SR Helden wahrscheinlich Ne? Ja Und vier SSR Helden Und vier SSR Helden Da gehe ich nochmal hier rauf Da wirft wieder nervt mich hier Ja Ah Dafür noch drei Grenzen Ja Das war das Gehen wir erst im Königreich Was habe ich denn hier noch? Ach das war das mit der Genium Idee Okay Ich möchte aber jetzt nicht auf Facebook gehen Dann gehen wir erst in den Marktplatz rein Das ist bestimmt eine Quest Geschwörung Geschwörung Ah Hier 40 Helden Habe ich alle Da habe ich nichts Ne Dann Die anderen Bespürungen Auch alle fertig Viele neue Helden Nein Ach Jetzt habe ich die Diamanten ausgegeben Dann mache ich nochmal vier einzelne Helden Oder auch nicht Habe ich so viele Helden beschworen Dass er jetzt erstmal laden muss Guck mal Wenn ich die noch beschwöre die vier Dann kriege ich die Truhe auch noch Nice Guck mal Wenn ich die noch beschwöre die vier Okay Neustart War anscheinend doch so viel Dann Schon wieder 20 Drehens Ach Heute ist neuer Tag Ja Ja Es ist vier Uhr Okay Ich verstehe Jetzt habe ich den Schwach noch mal Da erneut Gut Gut Dann haben wir jetzt Alle drei Drohnen Perfekt Oh Da will ich Das dann kriegen Naja Egal Und dann gehts nochmal los mit die 20 Ja Endlich habe ich den Und dann gehen sie Und dann gehen sie Und dann gehen sie Also müsste das jetzt, heute sein, Tag Nummer 5. Okay. Also das kann gleich wieder ein bisschen dauern. Das hier dauert ja schon mal. 20 mal drehen. Und wir paar neue Helden. Das sind drei neue Helden ungefähr. Bei dem weiß ich nicht, wie viel ich da brauche. Bei dem weiß ich nicht, wie viel ich da brauche. Okay. 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 Da ist wieder was. Okay. 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 No. Okay. Soll ich die tausend Trayern anschauen. Ich denke nicht. oder Und der dritte Würfel. Heute läuft es ja richtig gut hier, ja? Okay. Und durchspringen wir jetzt auch, ich habe nochmal 6800 Drehs. Ein extra Dreh. Dankeschön. Was habe ich jetzt hier noch? Ok. Oh, okay. Ja, wieder die 15. Super. Und nochmal 1000 Dreh. Wer schaut sich das denn an, so oft zu drehend? Nochmal 1000? Ah. Ja. Soll ich die Mitte wieder... Nochmal 1000 Dreh. Tausendmal Dreh. Huieiei. Und wieder eine Tour. Oder 400. Oh. Oh, ich bin Level 69. 45. Juhu. Es fehlt noch 4 Punkte. Na egal. Deines Buch. Nein, ich bin Level 69. Oh, ich bin Level 70. Oh. Das ist ein bisschen. Ich bin Level 60. Und wieder ein bisschen. Ich bin Level 80. Ich habe noch nicht einen Kampf gemacht, nur allein sammeln. Also allein sammeln und an Helden, einen Helden habe ich ja verbessert. Zwei Jahre später. Das ist ja heute eine richtige Fundgrube. Das ist ja heute eine richtige Fundgrube. Das ist ja heute eine gute Fundgrube. Ich kann meine Dailies heute hier machen, so wie immer, aber da komme ich ja gar nicht zu. Wie wird das denn? Gleich schon halb vier, ne halb fünf. Dann muss ich mich für die Arbeit fertig machen. Da, ich sehe das Ende. Jawohl. Sonstiges. Und der ist auch fertig. Es sind hier nur zwei, Gott sei Dank. Erfolge leuchtet noch. Ach, da oben die Truhe. So, jetzt geht es in der Tasche weiter. 36 Drohnen öffnen. Cool. 25 Drohnen öffnen. Mega. 36 Drohnen öffnen. Super. Ja. 29 Drohnen öffnen. Genial. 25 Waffen herstellen. Perfekt. Und 65. Meine Güte. Drei Helden. Es ist leer. Einen neuen Held gekriegt. Boah. Okay, das war's. Jetzt kriege ich noch mal hier ein paar Punkte, ne? Ja, da ist schon das Ende. Und da nur eine. Dann mal bei Helden. Helden. Aufleveln. Ich mache hier die Verbesserung automatisch. Normal schaue ich immer das hier nach. Die eine Sorte benutzen aber. Ich mache hier einfach alles rein. Immer befestOC. Ich mache mir auf der elden Dave shouldn't have. Es ليftiger dadurch. Wenn man immer soOURnissend ist ... Ich hatte immer... Immer noch verbessern. Und immer noch verbessern. Immer noch verbessern. Geh nicht mehr. Gott sei Dank. Okay. Haben wir den fertig? Oh, die jetzt auch. Und wenn du ja jetzt schon mal, kriegst du dich noch. Und noch ein bisschen. Ich bin einschwarzen. Ich bin einschwarzen. Ich bin einschwarzen. Ich bin einschwarzen. Aufstieg. Aufstieg. Und der letzte Aufstieg. Vorher war gelb. Jetzt ist es orange. Ausrüstung geht hier auch noch. Hier haben wir die Erdrunde. Und da ist noch jemand. Ausrüstung. Ah. Das war besser. Ich weiß nicht viel, aber ich sehe. Ich weiß nicht viel, aber ich sehe. Ich weiß nicht viel, aber ich sehe. Ich weiß nicht viel, ich sehe. Ich weiß nicht viel. Oh, das war alles. Die habe ich neu. Okay. Medusa habe ich auch neu. Nicht umgucken, sonst bandet die aus Stein. Und die habe ich noch. Johanna von Oleas. Achimedes. Wo wäre? Kenne ich nicht. Okay. Dann gehen wir mal wieder zur Tasche, damit die nicht allzu voll wird. Das war auch schnell. Laden. Sammeln. Wow, schön. Ich krieg wieder Helden. Ach, das war Community. Ah, der linke ist immer frei. IKA. Dach. 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 Was ist das denn? laden muss wieder neu gestartet werden hab auch gerade gesehen, da stand immer noch Tag 4, also ich bin doch nicht in Tag 5 dann war das ein Problem vom Spiel gewesen und jetzt ist es halb, kurz nach ich hab noch 10 Minuten alles abholen, alles löschen, bestätigen das ist Klinik, da brauchen wir nicht rein, zack oh schön, ich hab wieder hier 11 Helden mhm, ach ich hab 68 Helden mhm 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 schon. Ein Louis habe ich nicht. Ah, geht sofort weiter hier. Gut, dann kann ich doch weitermachen. Oh, da habe ich jetzt 11 von. Gut. Gut. Können wir die hier nochmal. Ich bin noch nicht mal mit den Einsamen fertig. Okay. Helsen. Der letzte. Jawoll. Tasche. Nummer 3 Held. Hätte das gedacht. Schauen wir uns die hell nochmal an. Wen kann ich ihn jetzt so aufwerten. Und dann sagt Zeus. Ich mache erstmal den Aufstieg. Jetzt mache ich die Verbesserung. Ich habe so viele Heldinnen, deswegen müssen die einfach alle weg. Ich habe noch mehr Kraft. Niemand kann es... Deine Deine Ah, ein Louis. Herkule ist es... schön... dann gehen wir jetzt noch mal hier rein... Noch einen zum Puzzleteil fällt mir, da habe ich dem Gefühl auch voll... Ok... hier... Ne... community... brauchen wir nicht... erst mal... Herausforderung... Und Kaff... Ok... und Kaff... Do you think I can install this agenda if I'm being a pushover? Ach, dein ist doch nahe Kampfer. Komm, join me! Mein erster Kampf seit über einer halben Stunde. Heftig. Sowas habe ich noch nie gehabt am Spiel, dass ich so viel einsammeln musste. Oh, der erste Daumen bei mir. Und die Zeit abgehofft. Drei Drohner. Plündern. Bestätigung. Okay. Jetzt kommt der hier dran. Einmal den Kampf anschauen. Jetzt ist das halt immer vorne. Ich bin der dritte. Ich bin der dritte. Das war's nicht, Herr Junge. Jetzt kommt der dritte. Ich bin der dritte. Ich bin der dritte. Ich bin der dritte. und die Zeit ist aus und alledem noch dann einmal plündern gut dann gehen wir nochmal hier beim Sammeln rein oh, ich kann ein Puzzleteil fertig machen perfekt und fangt hier um mit den neuen an zwei ganze Würfel und einen halben gemacht naja, nicht ganz einen halben da war ja hier einer, hier so, ach, Sammeln heftig, da kommt noch was dazu gut, dann war es das jetzt so ich würde jetzt die Truhe noch alle aufmachen und die Tasche ist voll gut da kriege ich auch noch was geschenkt das war es aber jetzt, oder? ah, die Faust noch einmal ok die 3000 nochmal guck, hier war noch Tag Nummer 4 alles fertig dann beende ich das Spiel mal und sage Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal dabei seid bis da wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ticket Tschüss und bis zum nächsten Mal